Ich kommst mir nicht aus, ich muss es dir klären, ich guck es dir auf. Ha, ich bin das, eure Olga, ich schalte ja was taken, ich sit hier in Wremen, an der Küste, ich helf mir das mal anklicken, das ist ein alter Schwor, ich kann das nicht, das einzige was ich kann, das ist das Husten vom Nikolaus, und das mal ich jetzt mal. Das ist das Husten vom Nikolaus. Von nebenan der Weihnachtsmann fertig Putt, 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 putt putt, 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 putt Korn, das ist doch Korn, da muss doch nicht hinwehen. Putt, 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 putt. Cornelia Bonhold hat mir ein Gedicht geschrieben. Die Olga hat nicht viel zu tun, sie zeichnet einfach schnell ein Huhn. Da bin ich aber wie ein Flitzebogen gespannt und es kommt auch noch der Hahn angerannt. Das Huhn ist nun beim Eierlegen. Olga muss den Hof sauber fegen. Die Hühnerfamilie wird schnell groß. Olga fragt sich, was mache ich da bloß? Tja, liebe Olga, ein Huhn zeichnet reicht jetzt nicht mehr. Eine Hühnerfamilie zu zeichnen ist bestimmt auch nicht so schwer. Doch, liebe Cornelia, das ist schwer. Er kann das nicht. Ich will mir mal bedanken, dass ihr all so fleißig schreben habt, was ich taken soll. Ich hätte mir das mal angekicken hier. Ich kann das nicht. Tiffi hat schreben, wie wäre es mit Doki Dork. Ich kann Doki Dork taken, ich kann das nicht. Wer geht deutlich jetzt schreben? Ja, genau, das Hühnchen mal. Ich glaube, ich kann das nicht. Uwe Goos, Olga ist ja Eishockey-Fan. Wie wäre es mit einem Pinguin? Ich fällt nicht. Ich glaube, ich kann das nicht. Amolifia hat mir schreben. Also, einen Pinguin fände ich toll. Und Doki Dork wäre auch eine gute Alternative. Jasmin Borowski. Quatsch, Olga malt mich. Jasmin, ich mal dich. Aber ich mag mir ein Aktfoto von. Ich hätte schreben, Niklas, Niklas Mayer. Oder wie wäre es mit einem Trecker? Nadine hätte mir schreben. Ja, ganz klar, ein Huhn. Oder unsere Konstantin für Doki Dork. F. K. K. K.? Watt ist da denn? Bernie hätte mir schreben. Wie wäre es mit einem schönen Igel? Kevin hätte mir schreben. Die Olga kann ja sich und ihre Familie malen. Ja, die Olga kann ich malen. Olga, hier ist die Olga. Dann hat Birgit Popp mir schreben. So, nun habe ich eine Idee, liebe Olga. Zeichne die Geschichte vom Froschkönig und erzähle, er schält diese dabei. Wie soll ich da denn mucken? Hätte ich jetzt einen Froschkönig hier? Wack, 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 wack. Dastin hat mir schreben. Du kannst mich mit einer Kuh zeichnen. Nee, 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 nee. Laura hätte schreben. Laura von Schuster. Olga soll sich selbst zeichnen. Nee. Alexander Peters, malst du ein Pika-U? Lieber Alexander, erzähl mir mal, was ist ein Pika-U? Schreib mir das doch mal. Was ist ein Pika-U? Fällig, nee. Nee, nee, nee. Eriboi, 3, 3, 3, 3. Oder Olga soll bitte einen Fischtown-Binguin-Spieler zeichnen. Oder einen Fischtown-Binguin-Spieler mit Doggy-Dog auf den Arm. Kann ich auch nicht. Ach, nee. Frrrr, Fabi zockt. Frrrr, Fabi zockt. Olga kann ja Doggy-Dog zeichnen. Das kann ich nicht. Das Einzige, was ich technen kann, das ist das Haus von Nikolaus. Das kann ich. Das geht, go. Vielen Dank an allen unseren Fans. Wir sniken und kommentieren. Pussy Pussy. Eure Olga. Eure Olga.